Als nächstes, in diesem Finale, auf der Bühne für euch, Robin Prudera! So, ähm, dieser Text braucht dringend eine Einleitung, dass mich gewisse Leute nicht nachher verschleunen, aber ich glaube, die sind auch nicht da, aber, ähm, in diesem Text geht es um ein Märchen und das Märchen wird ein bisschen speziell vorgetragen, nicht so recht deutsch und ich will mit dem Text nicht Leute verarschen, die Deutsch nicht so gut kennen, sondern ich will mit dem Text Leute verarschen, die vielleicht voll den Schweizer sind, voll Patrick Müller heissen oder so, und irgendwie trotzdem den Jugoslang oder so halt einfach übernehmen, oder? Und wenn der in der Schule wäre, müsse ein Märchen vorlesen, würde das nicht so töten. Ein Geschichtchen aus meinem Geschichtchenbuch. Das Froschking. Es war einmal ein Königreich, der alle voll zu Party hatten, jeden Abend und dann Flashback, jeden Morgen. In dieser Zeit hatte ein junger König die absolut leise Macht. Eine scheisse absolut, meine ich denke. Der König war in keiner Sicht und er hat viele gute Gesetze erlassen. Zum Beispiel das. Cannabis ist legal, nicht so wie in der Schweiz. Er selber hatte gerade neben dem Schloss eine richtige Koksplantage, in der eine von seinen vielen wunderschönen Tehtern jeden Tag spielte. Sie ist immer ein brauner Cockett, wo sie den ganzen Tag völlig über Gift ihre goldenen Kugeln in die Luft geschossen hat. Weil es einfach so geil aussieht. Dann plötzlich fällt die scheisse Kugel ins Brunnen hinein. Sie beginnt zu fluchen. Scheisse Mann, fuck Mann, mein Alter bringt mich um. In dieser Kugel hatte ich noch Schnee. Dann auf einmal hörst du eine Stimme aus, Brunnen. Welches scheisse Bitsch hat mir das Kugel an den Gritt geschossen? Prinzessin, schau so ins Brunnen und sie sieht. Ein Frosch. Mit einem Beugeln, das glaubst du mir nicht. Sie hat ein schlechter Gewissen und sagte, sorry Mann, ich habe es wohl nicht extra gemacht, aber holst du mir das Kugel bitte wieder aus dem Brunnen raus. Dann sagt der Frosch, ja schon easy, kann ich machen, aber ich will etwas dafür. Ja, was willst du denn? Ähm, willst du Stoff? Kann ich dir schon geben. Nein. Nein, voll nicht, Mann. Ich will bei dir im Schloss mit deinem goldigen Röhrchen sniffen und bei dir ins Bett hüpfen. Gewachs Frosch. Du hast gerade vergessen, du hässliches Feich, denkt sich die Prinzessin so, aber sie verspricht ihm alles. Komm, hat der Frosch das Kugel aufgeholt, nimmt sie sie und haut ab. Dann am Abend essen alle miteinander im Schloss. Plötzlich klopft sie an die Türe. Hey Prinzessin, du hast mich voll vergessen, ruft sie Frosch. Mach auf, Mann! König fragt so, wer ist das? Prinzessin sagt, und Frosch. Kann denn sonst, oder? Was, du legst jetzt viel Gift Frosch? Das ist meine Tochter, Mann! Nein, ich habe ihm versprochen, er dürfte bei mir eine Pelle in meinem schönen Bett, aber er ist so hässlich. Dann sie, äh, ja Tochter, musst du durch, Mann! Da musst du durch, Mann! Der Frosch ruft schon ganz ungeduldig. Hey du Schlampe, mach auf, du hast versprochen! Dann, sie steht auf, und er schiesse, oh, verdammt. Aber sie läuft zum Türe und macht auf. Sie schaut runter, sieht das grüne, glitschige Ding, mit Kotze im Hals, ruft sie ihn auf und setzt mit ihm ans Tisch. Wenn sie alle fertig sind, geht sie auf ins Zimmer. Komm, ist die Türe zu, packt sie das Frosch, oh, verdammt brutal, und wirft ihn Vollgas an die Wand. Bäm! Es gibt mega viel Rauch oder Nebel. Egal, ob die Prinzessin Gott anziehen. Und dann ist jeder. Gern, wenn der Rauch oder das Nebel alles weg ist, man sieht den Prinz am Boden liegen. Mit noch grösseren Bühlen als Froschfäuren. Er hat noch gelebt. Und er war voll übsch. Und die Prinzessin war voll glücklich. Ja, Mann! Und wenn sie nicht an einer Überdosis gestorben sind, dann sind sie heute noch heim. Komm! 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 Komm!